Von Klotwig bis Kolumbus. Mehr als Fakten aus fünsteren Zeiten. Der Augsburger Mittelalter-Podcast mit Martin Kaufhold, Matthias Kluge und Ulrike Schwanz. Von Klotwig bis Kolumbus. Kolumbus und Amerika mit dieser 22. Folge endet die erste Staffel unseres Lehr-Podcasts. Und das Thema zeigt, dass Geschichte eine Wissenschaft in Bewegung ist. Es ist noch gar nicht so lange her, da hätten wir gesagt, Kolumbus entdeckte Amerika. Heute sagen wir, er erreichte Amerika. Aber es gibt auch viele Menschen, die sagen würden, Kolumbus eröffnete die Ausbeutung Amerikas. Die dunkle Seite dieser Geschichte ist stärker in den Blick gekommen. Ja, und das ist auch nötig. Dazu kommen wir ja gleich. In der Geschichte nach Kolumbus waren die Möglichkeiten und Gefahren allerdings in höchst ungleicher Weise verteilt. Aber wir sollten auch unsere letzte Folge dort beginnen, wo wir immer beginnen. Mittendrin. Wir blicken zurück in den Oktober 1492. Fünf Wochen zuvor hatte Kolumbus mit einem kleinen Verband von drei Schiffen die Kanarischen Inseln verlassen und war nach Südwesten gesegelt. Und wir hören nun einen Bericht aus dem berühmten Bordbuch des Christoph Kolumbus, gelesen von Ulrike Schwarz. Ich blieb weiterhin auf west-südwestlichen Kurs. Wir hatten stark unter hohem Seegang zu leiden, mehr als jemals auf unserer ganzen Fahrt. Wir erblickten einige Sturmvögel und ein grünes Schilfrohr, das an der Bordwand des Schiffes vorbeistrich. Die Leute der Karavelle Pinta erspähten ein Rohr und einen Stock, fischten dann noch einen zweiten Stock heraus, der anscheinend mit einem scharfen Eisen bearbeitet worden war. Sie griffen noch ein Rohrstück auf und sahen ein kleines Brett und eine Grasart, die von der üblichen verschieden war und auf dem Lande wuchs. Auch die Mannschaft der Ninia sichtete Anzeichen nahen Landes und den Ast eines Dornbusches, der rote Früchte trug. Diese Vorboten versetzten alle in gehobene, freudvolle Stimmung. Als erster erspähte dieses Land ein Matrose, der Rodrigo da Triana hieß, wiewohl ich um zehn Uhr nachts vom Aufbau des Hinterschiffes aus ein Licht bemerkt hatte. Als dann die ganze Mannschaft das Salve Regina betete, dass alle Seeleute auf ihre Art und Weise zu singen pflegen und dann schweigend verharrte, gab ich meinen Leuten den guten Rat, auf dem Vorschiff gute Wache zu halten und auf das In-Sicht-Kommen des Landes wohl Acht zu geben. Derjenige unter ihnen, der als erster melden würde, Land zu sehen, bekäme sofort eine seidene Jacke zum Geschenk, außer all den Belohnungen, die das Herrscherpaar versprochen hatte, nämlich die Auszahlung eines lebenslänglichen Ruhegehalts von 10.000 Maravedis. 12. Oktober Um zwei Uhr morgens kam das Land in Sicht, von dem wir etwa acht Seemeilen entfernt waren. Wir holten alle Segel ein und fuhren nur mit einem Großsegel, ohne Nebensegel. Dann lagen wir bei und warteten bis zum Anbruch des Tages, der ein Freitag war, an welchem wir zu einer Insel gelangten, die in der Indianersprache Guanahani hieß. Dort erblickten wir also gleich nackte Eingeborene. Ich begab mich, begleitet von Martin Alonso Pinson und dessen Bruder Vicente Janes, dem Kapitän der Niña, an Bord eines mit Waffen versehenen Bootes an Land. Dort entfaltete ich die königliche Flagge, während die beiden Schiffskapitäne zwei Fahnen mit einem grünen Kreuz im Felde schwangen, das an Bord aller Schiffe geführt wurde, und welches rechts und links von denen je mit einer Krone verzierten Buchstaben F und Y umgeben war. Unseren Blicken bot sich eine Landschaft da, die mit grün leuchtenden Bäumen gepflanzt und reich an Gewässer und allerhand Früchten war. Ja, das war der Bericht aus Kolumbus' eigener Feder, festgehalten in seinem Bordbuch, also dem Tagebuch, das er auf der Reise führte. Ja, in der Tat, ein kolonialer Text, der im Weiteren beschreibt, wie Kolumbus diese Inseln, die man später etwas irreführend die westindischen Inseln genannt hat, in Besitz nahm. Er tat das ganz förmlich, mit entsprechenden Erklärungen vor Zeugen aus seiner Mannschaft und ließ sich darüber eine Urkunde ausfertigen. Ja, die Geschichte der Schriftkultur, das ist schon ein eigentümlicher Vorgang. Da kommen Fremde auf Schiffen angesegelt, gehen an Land und nehmen das Land dann nach den Bräuchen ihrer Heimat in Besitz, indem sie es in einem provisorischen Grundbuch verzeichnen. Und die Bewohner werden damit dann auch zu Untertanen des Königs. Und weil sie nicht getauft sind und weil sie auch nicht ganz nachvollziehen können, was da vor sich geht, werden sie auch bald zu unfreien Untertanen. Ja, die gute alte Empfehlung, Wenn du nach Rom kommst, dann benimm dich, wie es die Römer tun. Das galt nicht für diese Reise nach San Salvador und Santo Domingo, wie diese Inseln dann genannt wurden. Ja, hier beginnt etwas Neues, das es so im Mittelalter weniger gegeben hatte, zumindest nicht mehr, seitdem Europa christlich geworden war. Nun, es gab ein gewisses Maß an Sklaverei an den Grenzen zu heidnischen Regionen im Osten und auch im Mittelmeerraum. Und es hatte in der Zeit der Christianisierung im frühen Mittelalter an den Grenzen im Norden einen gewissen Sklavenhandel gegeben. Aber das war lange her. Was hier in Afrika und in Südamerika einsetzte, die Versklavung der indigenen Bevölkerung, das gab es im Mittelalter eigentlich nicht. Und was man früher Entdeckungsgeschichte genannt hat, erweist sich ja im Lichte der neueren Forschung zur Kolonialgeschichte zunehmend auch als eine finstere Sklavereigeschichte, die im 15. Jahrhundert in Afrika mit den portugiesischen Vorstößen beginnt. Aber das ist ein eigenes Thema, dem wir hier auch jetzt nicht weiter nachgehen können, weil es weit in die frühe Neuzeit hineinführt. Wir sollten die Reise des Kolumbus aber nicht nur auf diese Ausbeutungsgeschichte reduzieren. Sie war keine eindeutige Geschichte und das macht sie ja auch so folgenschwer. Wir sollten sie in wie vielen Schritten untersuchen? In drei Schritten würde ich sagen, das hat sich bewährt. Also in drei Schritten ein guter Vorschlag. Dann schlage ich vor, dass wir erstens mit Kolumbus selber beginnen. Er war hier schon die treibende Kraft. Dass wir dann zweitens seine Reisen in den Blick nehmen. Es waren ihrer insgesamt drei. Und drittens dann die Folgen seiner Entdeckung mindestens knapp andeuten. Wobei das schon weit über das Mittelalter hinaus führt. Weshalb wir es hier vielleicht mit einer Andeutung belassen sollten. Genau. Da beginnt die Neuzeit. Wir blinzeln mal aus dem Dunkel in das helle Licht. Aber das würde uns sicher auch überfordern. Gut, dann beginnen wir mit Kolumbus. Da sind wir noch ganz im 15. Jahrhundert, also auf der sicheren Seite im Mittelalter. Ja und Marco Polo kommt hier auch wieder ins Bild. Polos Geschichte wurde im Gefängnis von Genua aufgeschrieben. Und Kolumbus Geschichte beginnt auch in Genua. Eine tolle Stadt, die eine Reise wert ist. Ja, Genua war eine Seefahrerstadt. Und hier wurde Christoph Kolumbus 1451 geboren. Mit 24 Jahren, seit 1474, fuhr der junge Christoph nachweislich zur See. Er befuhr die Handelsrouten seiner Zeit. Seit 1476 segelte Kolumbus auf dem Atlantik. Zuerst nach Flandern und dann nach England. Im Jahr darauf fuhr er von Bristol aus nach Irland und nach Island. Und nach der Rückkehr aus dem Norden blieb Kolumbus dann in Lissabon. Portugal war damals die Heimat großer Seefahrer. Und die Krone Portugals konkurrierte mit den spanischen Krönigen um den Ruhm und den vermeintlichen Reichtum von Entdeckungen herrenloser Landstriche. Was wie gesagt mit Blick auf Afrika zunehmend auch zu einer Sklavereigeschichte wird, die wir hier aber nicht weiter verfolgen können. Das war die Zeit Heinrichs des Seefahrers, des portugiesischen Prinzen, der nun ja Entdeckungsreisen nach Afrika förderte. Heinrich starb 1460. In seiner Zeit hatten die portugiesischen Seeleute dem afrikanischen Karawanenhandel durch neue Seerouten Konkurrenz gemacht. Der Warentransport mit dem Schiff war deutlich günstiger und die Schiffe konnten viele Waren transportieren. In Lissabon herrschte wahrscheinlich eine Art Goldgräberstimmung im Hinblick auf lohnende Entdeckungen. Ja, diese Elemente, Aufbruch in unerschlossene Gegenden, Ausbeutung wertvoller Rohstoffe durch Schiffstransport, Hoffnung auf Gold, die fanden sich ja dann auch bei Kolumbus. Schon in den Jahrzehnten vor Kolumbus, in der Zeit Heinrichs des Seefahrers, hatte man sich in Lissabon mit den Reisen Marco Polos und anderer Reisender des Mittelalters befasst, um nach solchen Reichtümern zu suchen. Kolumbus wollte mitten hinein in dieses Milieu von Entdeckern. Er heiratete Philippa de Peristrello e Moniz, deren Vater Stadthalter auf einer der Madeira-Inseln gewesen war. Dadurch erhielt der Zugereiste einen gewissen Zugang zu den Kreisen der maßgeblichen Familien. Ja, und seine Unternehmungen wurden ambitionierter. 1483 segelte Kolumbus als Kommandant zweier Schiffe nach Westafrika. In dieser Zeit las er Reiseberichte, auch den von Marco Polo. Und er korrespondierte mit Paolo del Pozzo Toscanelli, einem Florentiner Humanisten und Kenner des geografischen Wissens seiner Zeit. Toscanelli berechnete die Länge des Seewegs nach Asien. In westlicher Richtung 3000 Seemeilen von den Kanaren nach Japan, danach nochmals 2000 Seemeilen nach China. Kolumbus interessierte sich für die Reichtümer Asiens, aber er wollte sie über den Seeweg erschließen. Weniger mühsam als Marco Polo, der drei Jahre über Land gereist war und mit besseren Ladekapazitäten. Ja, auf dem Seeweg konnte er die Kugelgestalt der Erde nutzen, so dachte er. Er rechnete mit einer Überfahrt von einigen Wochen. Ja, die Vorstellung von der Welt als einer Kugel war durchaus mittelalterlich. Man unterschätzt leicht, wie lange manche Ideen brauchten, um sich durchzusetzen. Allerdings waren die mittelalterlichen Kugelvorstellungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr präzise. Toscanelli und mit ihm Kolumbus schätzte den Seeweg nach Indien auf etwa 2400 Seemeilen. Tatsächlich waren es etwa viermal so viel, 10.000 Seemeilen. Leider hat sich von Toscanellis Karte kein Exemplar erhalten, das wäre schon interessant. Aber die Rekonstruktionen, die es gibt, zeigen eine viel zu große Nähe von Spanien zu China und Indien. Ziemlich eng, muss man sagen. Aber so weit war das Projekt ja noch nicht. Erst einmal machte Kolumbus Pläne. Ein solches Projekt brauchte Unterstützung, Förderer, einen Financier. Und es ging nicht nur um Geld. Wenn Kolumbus Rechte in der Welt erwerben wollte, zu der er sich aufmachte, dann brauchte er die Unterstützung eines Herrschers, der die Rechte garantieren konnte, zumindest aus der Sicht der Europäer. Und die anderen zählten in diesen Überlegungen ja nicht so viel. So stellte Kolumbus seine Pläne für den Seeweg nach Asien 1484 dem portugiesischen König vor. Aber Kolumbus wurde enttäuscht. Der König lehnte ab und Kolumbus verließ Portugal. Seine Frau war jung gestorben und Kolumbus ging mit seinem fünfjährigen Sohn nach Andalusien. Dort versorgte er seinen Sohn in einem Franziskaner-Konvent. Kleine Kinder helfen bisweilen, Kontakte zu knüpfen. Einer der Mönche hatte Verbindungen zu den Hofkreisen in Aragon und er führte den alleinerziehenden Vater dort ein. Aber so einfach war das nicht. Kolumbus' Pläne fanden auch am Hof in Aragon zunächst keine Zustimmung. Ja, es gab viele Pläne in dieser Zeit. Und es gab auch Konkurrenten, die andere Wege nach Asien suchten. Kolumbus wurde noch einmal nach Portugal an den Königshof geladen. Und diesmal schienen die Umstände zunächst günstiger. Das war 1488. Aber da traf Bartholomeo Dias in Lissabon ein, der im Auftrag des portugiesischen Königs die Küste Afrikas nach Süden gesegelt war und das Kap der guten Hoffnung umrundet hatte. Er war dann umgekehrt, aber der Seeweg nach Indien von hier aus war nun frei. Da brauchte der portugiesische König Kolumbus jetzt nicht mehr. Und mit diesem portugiesischen Erfolg wuchs dann der Druck auf die spanische Konkurrenz. Und im Winter 1491 konnte Kolumbus dann doch noch einmal bei der Königin in Santa Fe vorsprechen. Die Königin hatte Experten hinzugeholt und man blieb skeptisch. Kolumbus forderte zu viel, befand man am Hof. Kolumbus reiste ab, enttäuscht und verärgert. All sein Bemühen schien umsonst. Das ist ja irgendwo auch verständlich. Wobei man sich schon wundert, warum die Königin so zurückhaltend war. Kolumbus verlangte Anteile von etwas, das sie ohne ihn gar nicht hätte haben können. Die Krone verlor ja nicht sehr viel, wenn sie eine Herrschaft mit Kolumbus teilte, die sie ja nur durch ihn gewinnen hätte können. Tatsächlich verlor sie höchstens eine Möglichkeit und eigentlich konnte sie nur gewinnen. Offenbar begriffen sie das am Hof auch nach Kolumbus' Abreise. Denn ein Bote wurde ihm hinterhergeschickt. Die Königin hatte ihre Haltung geändert. Sie war umgestimmt worden. Vielleicht wollte man das Feld auch nicht den Portugiesen überlassen. In jedem Fall würde ein Erfolg von Kolumbus auch ein Erfolg für die Krone sein. Man begann zu verhandeln, was einige Monate dauerte. Schließlich schloss man am 17. April 1492 einen Vertrag. Sollte Kolumbus das Ziel seiner Reise erreichen, dann würde sich das Ganze für ihn lohnen. Dann würde er zum Admiral und Vizekönig in allen entdeckten Gebieten und er würde einen erblichen Adelstitel erhalten. Er hatte ein Zehntel aller neu gewonnenen Güter ausgehandelt und das sogar auch steuerfrei. Er konnte sich an künftigen Handelsfahrten in die neuen Gebiete beteiligen und sein Anteil an den Kosten und am Gewinn dieser weiteren Fahrten betrug dann ein Achtel. Das alles nach dem Wortlaut des Vertrags. Wenn man in diese Zukunft blickt, dann war das schon kein schlechter Deal. Wenn man weit in die Zukunft blickt. Das erscheint dem Rückblick ja oft klarer als für die Zeitgenossen. Deren Begeisterung war nicht so groß. Kolumbus konnte zwar die königlichen Briefe vorweisen, aber noch waren das Luftschlösser. Viel zahlen konnte er nicht. Es dauerte, bis er einen kleinen Verband von drei Schiffen zusammenbrachte, die Niña, die Pinta und die Santa Maria. Kolumbus heuerte 87 Seeleute an, die Hälfte davon als Besatzung für sein Flaggschiff, die Santa Maria. Und damit kommen wir zu Punkt 2, zu den Reisen des Kolumbus. Wie gut ist denn diese Episode dokumentiert? Die Lohnliste der Reise ist erhalten. Es gibt das Bordbuch des Kolumbus. Es gibt ja auch Bilder der Santa Maria, aber das sind spätere Gemälde. Das Schiff ging verloren und als es aufbrach, rechnete wohl keiner an Land mit dem Erfolg. Am 3. August 1492, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, stach der Verband von Palos aus in See. Auf den Kanarischen Inseln wurden noch einige Reparaturen vorgenommen, doch am 6. September war man soweit. Der kleine Verband brach auf. Die Überfahrt wäre ja ziemlich lang geworden, wenn Amerika nicht auf dem Weg gelegen hätte. Die Erwartungen waren ja wohl höher als die Kenntnisse. Hier war keine geografische Forschungsreise auf dem Weg. Diese Seeleute brachen auf, um Schätze zu finden. Entsprechend reizbar wurden sie, als die Fahrt sich hinzog. Am 10. Oktober zeigte die Mannschaft offen ihre Unzufriedenheit. Am 11. Oktober waren dann deutliche Hinweise auf nahes Land zu sehen, also Schilfrohre und Zweige. Mit diesem Kontakt haben wir ja begonnen. Das war also ziemlich knapp. Die Menschen, die er traf, begegneten den Ankömmlingen dann zunächst sehr offen und gastfreundlich. Ja, das taten sie. Und Kolumbus taxierte sie bereits als künftige Sklaven. Er nahm einige der Eingeborenen an Bord und ließ sich von ihnen nach Kuba geleiten. Er war fest davon überzeugt, Asien erreicht zu haben. Die Schönheit der Insel beeindruckte die Seeleute. Immer wieder begegneten ihnen Eingeborene, die sich ohne Arglist näherten. Kolumbus beschreibt sie als höfliche Menschen in einer Art Naturzustand. Nach seinen Beobachtungen hatten diese Eingeborenen keine eigene Religion und sie würden gute Christen werden, wenn sie einmal die spanische Sprache gelernt hätten und dem christlichen Glauben unterwiesen würden. In der Annahme, in Asien gelandet zu sein, nannte Kolumbus die Einwohner Indianer. In sein Bordtagebuch notierte er immer wieder, wie schön und fruchtbar das Land sei. Er berichtete von wertvollen Hölzern und von Gewürzen. Aber vor allem suchte er nach Gold und nicht nur er. Jetzt entfaltete der Ruf der Reichtümer seine eigene Dynamik. Die Pinta verließ den Verband, um das versprochene Gold zu suchen und sie verloren die Santa Maria, die an Weihnachten in einer Untiefe auf Grund lief. Kolumbus ließ aus dem Holz eine Festung an Land errichten, die mit 39 Seeleuten besetzt wurde. Er hatte jetzt nur noch ein Schiff für die Rückreise. Am 4. Januar 1493 brachen sie dann auf und Gold hatten sie da noch nicht dabei. Nein, und als sie auf der Rückreise die Pinta wieder trafen, hatte auch deren Mannschaft kein Gold gefunden. Sie machten sich zusammen auf eine mühevolle Überfahrt. Über Portugal gelangten sie nach Spanien, wo sie einen triumphalen Einzug am Königshof hielten. Herr Kolumbus hatte noch nicht viel vorzuweisen. Eigentlich wies er einen Irrtum vor. Er war nämlich überzeugt, in Asien gelandet zu sein. Aber diese Überzeugung schien ihm ganz gut getan zu haben. Ein Beobachter dieser Jahre schildert seinen Eindruck nach einer Begegnung mit Kolumbus in Barcelona. Zitat Ja, jetzt verband sich eine Verheißung mit seiner Person. Sein Erfolg sprach sich bald herum. Zur Vorbereitung der zweiten Reise fanden sich nun viele Leute und Schiffe ein. Im September 1493 brach Kolumbus mit etwa 20 sehr unterschiedlichen Schiffen zu seiner zweiten Fahrt auf. An Bord waren nicht nur disziplinierte Seeleute, sondern alle möglichen Abenteurer. Die zweite Reise erfüllte die Hoffnungen, die man in sie gesetzt hatte, kaum. Man traf auf feindselige Eingeborene, die auch zu kämpfen bereit waren. Das Verhalten der Seeleute provozierte den Widerstand der Einheimischen und als der Verband an der Niederlassung anlangte, die man ein Jahr zuvor zurückgelassen hatte, war sie niedergebrannt und die Besatzung war tot. Bis dahin war Kolumbus ja nur auf den Inseln vor der südamerikanischen Küste gelandet. Die Forschung ist sich ja nicht so sicher, auf welchen eigentlich. Die Navigationsdaten von Kolumbus sind nicht so verlässlich. Aber diese Inseln waren ja von verschiedenen Stämmen bewohnt, das weiß man, die sich offenbar auch untereinander bekämpften und überfielen, was Kolumbus ja im Bordbuch seiner ersten Reise auch berichtete. Die Eingeborenen hatten ihm Wunden gezeigt, die von solchen Überfällen herrührten. Und da ist es vielleicht kein Wunder, dass sie auch mit übergriffigen Besuchern nicht immer nur freundlich umgingen. Wobei die Spanier ihnen waffentechnisch dann doch überlegen waren. Aber Kolumbus betrat den südamerikanischen Kontinent erst auf seiner dritten Reise. Im Juli 1498, da landete er an der Küste Venezuelas auf der Höhe von Trinidad. Aber auch dort kein Gold. Kein Gold. Insgesamt machte Kolumbus vier Reisen nach Amerika. Die vierte führte ihn von 1502 bis 1504 nach Mittelamerika. Es waren gefahrvolle Reisen und er musste seine Fähigkeiten als Seefahrer unter Beweis stellen. Aber das erhoffte Gold fand er nicht. Und er wurde auch nicht reich. Als er zwei Jahre nach der Rückkehr von seiner letzten Reise starb, da war er eher verbittert und fühlte sich um seinen Erfolg geprellt. Das erinnert doch ein wenig an Guttenberg. Es scheint sich nicht gelohnt zu haben, das Mittelalter zu verlassen. Ja, wir wollen noch einen kurzen Blick auf die Folgen von Kolumbus' Fahrten nach Amerika werfen. Unser Punkt 3. Ja, Kolumbus bereitete das Terrain für die Conquistadoren, die ab 1519 große Territorien des neuen Kontinents unterwarfen. Sie unterwarfen die dortigen Kulturen ihrer Herrschaft und sie erlangten das Gold und den zweifelhaften Reichtum, den Kolumbus so ersehnt hatte. Hier benötigt man eigentlich eine Karte. Aber wer uns jetzt zuhört, der kann ja eine Karte aufschlagen oder aufrufen. Also ausgehend von Mexiko zogen sich die Eroberungen dann an den Anden entlang nach Süden, nach Ecuador, Peru, Bolivien und Chile. Diese Eroberungszüge, die bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts andauerten, liegen ja eigentlich außerhalb unseres Zeithorizonts. Wir sollten uns mit dem berühmtesten dieser brutalen Beutezüge begnügen, dem von Hernán Cortés. Cortés brach 1519 auf, um mit 400 Männern Mexiko zu erobern. Ja, und diese Eroberung war schon ein erstaunlicher Vorgang. Die Spanier trafen auf eine Zivilisation mit Städten, die sich ohne weiteres mit der Einwohnerzahl der spanischen Heimatstädte der Conquistadoren messen konnte. Man geht davon aus, dass die Hauptstadt des mexikanischen Aztekenreichs, heute Mexiko-Stadt, Tenochtitlan, mindestens eine halbe Million Einwohner hatte. Es war die Hauptstadt eines zentral und straff regierten Reiches. Und Cortés eroberte das mit 400 Abenteurern. Ja, im August 1519 begann Hernán Cortés seinen Eroberungszug an der mexikanischen Küste. Und zwei Jahre später, im August 1521, fiel die erbittert verteidigte Hauptstadt der Azteken in seine Hände. Bei der Belagerung sollen 200.000 Bewohner ums Leben gekommen sein. Die übrigen wurden vertrieben. Das Aztekenreich ging unter und ungeheure Reichtümer fielen den Eroberern in die Hände. Wie ist das eigentlich zu erklären? Es heißt ja oft, dass die Schusswaffen der Spanier Angst und Schrecken verbreiteten. Oder dass die Conquistadoren als Götter angesehen wurden. Aber sie waren doch verwundbare Götter. Sie waren das Klima nicht gewohnt. Und wer die Regengüsse im tropischen Amerika einmal erlebt hat, der fragt sich schon, wie die Soldaten von Cortés ihr Pulver in dieser Regenzeit eigentlich trocken halten konnten. Es gibt ja Kollegen, die die ungarische Niederlage in der Lechfeldschlacht dadurch erklären, dass ein plötzlicher Regen die Bögen der Ungarn unbrauchbar machte. Das muss man ja nicht glauben. Ja, aber dass der Regen von Mexiko das Pulver von Cortés Männern unbrauchbar machen konnte, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und seine Gegner waren erfahrene Krieger. Sie sollten doch nach einer Zeit verstanden haben, dass die Schusswaffen bei einem Kampf im Regen keinen Schrecken verbreiteten. Ja, das ist schon seltsam. Aber die Spanier eroberten dieses mächtige Reich nicht allein. An der Belagerung und der Eroberung der Hauptstadt Tenochtitlan waren mehrere zehntausend Kämpfer indianischer Hilfstruppen beteiligt und sie sollen besonders grausam gekämpft haben. Der Erfolg von Cortés war wohl in hohem Maße auf die inneren Spannungen des Aztekenreiches zurückzuführen. Die Aztekenherrscher waren mächtig, aber sie sicherten ihre Herrschaft mit grausamen Menschenopfern und bei vielen Untertanen waren sie verhasst. Cortés war entschlossen und brutal. Seine Brutalität verängstigte seine Gegner. Aber er war auch deshalb erfolgreich, weil er die inneren Spannungen dieses Reiches mit diplomatischem Geschick nutzte. Diese Spannungen fand er vor und er nutzte sie für seine Zwecke. Aber ich würde sagen, diese finstere Geschichte gehört in die frühe Neuzeit. Im Mittelalter gab es sowas nicht. Und deswegen können wir unseren Podcast an dieser Stelle ausklingen lassen. Allerdings mit einer Bilanz. Natürlich. Die Reise von Christoph Kolumbus nach Amerika eröffnet eine entscheidende Ausweitung des europäischen Horizontes. Kolumbus selber stand noch weitgehend in der Tradition des späteren Mittelalters. Und er war bis zu seinem Tod überzeugt, einen Seeweg nach Asien entdeckt zu haben. Doch seine Reise öffnete eine Tür für nachfolgende Entdecker, Abenteurer und Eroberer. Sie erschlossen und eroberten die Küsten und das Landesinnere von Mittel- und Südamerika für die europäische Herrschaft und die Ausbeutung des Kontinents. Kolumbus stand auf der Schwelle zwischen dem lückenhaften spätmittelalterlichen Wissen von der Welt und der rücksichtslosen Aneignung durch die frühneuzeitlichen Konquistadoren. Und auch diese Folge können Sie in unserem begleitenden Arbeitsbuch noch mal rekapitulieren, das unter clodwig-kolumbus Open Access zur Verfügung steht. Und es gibt zum Schluss auch noch ein paar Daten. Also, 1451, Geburt von Christoph Kolumbus in Genua. 1474, Beginn der Seefahrerlaufbahn des Kolumbus. 1483, Fahrt des Kolumbus nach Westafrika. 1491, Treffen des Kolumbus mit der spanischen Königin in Santa Fe. Am 17. April 1492 erfolgte die vertragliche Regelung der Ansprüche des Kolumbus und der spanischen Krone im Falle eines Gelingens von Kolumbus' Reisevorhaben. 6. 9. 1492, Aufbruch des Kolumbus und seines Schiffsverbandes von den Kanarischen Inseln. Am 12. Oktober 1492 erfolgte die erste Sichtung einer Insel der Bahamas und die Landung. 4. 1. 1493, Rückreise nach Spanien. Zwischen 1493 und 1504 erfolgten die zweite, die dritte und die vierte Reise auf weitere Inseln vor der amerikanischen Küste und Landungen im späteren Venezuela und Honduras. 1519 bis 1521, Eroberung des Aztekenreichs in Mexiko durch Hernán Cortés mit seinen Gefolgsleuten. Tja, das war er, der Augsburger Mittelalter Lehrpodcast. Bleiben Sie uns gewogen, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. 1921 bis 1521, Eroberung des